Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, ganz herzlich willkommen zu diesem Video mit den Aussichten für den April für alle Sternzeichen. Nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung findet ihr die genauen Anfangszeiten, wann euer Sternzeichen drankommt und wenn ihr das Video auf einem PC oder auf einem Android-Gerät schaut, dann sind die Anfangszeiten sogar direkt verlinkt und ihr braucht sie einfach nur anzuklicken. Und diesen Monat verlose ich auch wieder was für euch und weil die Frühlingsgefühle jetzt sprießen und viel Lust und Liebe in der Luft liegen, verlose ich etwas ganz Besonderes, nämlich ein schriftliches Partnerhoroskop. Das ist ein Horoskopvergleich zwischen euch und eurem Partner oder Flirt und da könnt ihr schauen, ob die Chemie zwischen euch stimmt. Aber ich will natürlich die Alleinstehenden unter meinen Zuschauern nicht ausschließen. Solltet ihr also gewinnen und gerade keinen Liebespartner haben, dann erhaltet ihr ein schriftliches Geburtshoroskop für euch oder einen lieben Menschen eurer Wahl. Mehr zur Verlosung erfahrt ihr auch am Ende des Videos in meinem Serviceteil und wann der beginnt, habe ich euch auch in die Videobeschreibung reingeschrieben. Wer in der letzten Verlosung im März gewonnen hat, das erfahrt ihr in der kosmischen Schwingung vom April, deswegen solltet ihr da auch nochmal reinschauen. Bevor wir jetzt anfangen mit den Sternzeichen, hier noch ein Hinweis. Ich habe einen Livestream gemacht und euch darin erklärt, wie das mit den Sternzeichenhoroskopen, Aszendenten, Horoskophäusern und Dekaden funktioniert. Wenn ihr darüber also mal mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal rein. Generell gilt immer, dass so ein Sternzeichenhoroskop natürlich keine persönliche Beratung ersetzen kann. Wenn ihr ganz persönliche Fragen habt, für die wir in euer individuelles Horoskop schauen sollten, könnt ihr euch jederzeit bei mir für eine Beratung melden und die Infos dazu schreibe ich euch hier in die Infokarte und ihr findet sie auch unten in der Videobeschreibung. Über die allgemeinen Tendenzen des Monats und alle wichtigen Planetenbewegungen informiere ich euch wie gehabt in der kosmischen Schwingung des Monats und ihr könnt das auch in meinem Jahrbuch nachschlagen. Und jetzt wollen wir die Sternzeichen für den April durchgehen und wir fangen wie immer an mit dem Widder. Hallo ihr lieben Widdergeborenen und Widderaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im April Geburtstag habt. Es dürfte ein energiegeladener Monat für euch werden, weil euer Herrscher Mars günstig zur Widdersonne steht, nämlich in den Zwillingen. Der Schicksalsneumond fällt auf den Freitag, den 5. April und ist für euch der wichtigste im ganzen Jahr, denn er findet in eurem eigenen Zeichen statt. Nutzt die Neumond-Meditation, um Pläne für die Zukunft zu machen und überlegt euch, was ihr in den kommenden vier Wochen sowie auch in den kommenden zwölf Jahren eures neuen Lebensjahres erreichen wollt. Die Spannung des Neumondes zur Schicksalsachse, nämlich den Mondknoten mit Saturn und Pluto drauf, bedeutet, dass es nicht nur um eure persönlichen Ziele, sondern auch um euren Platz in der Gesellschaft geht und darum, wie ihr an der Gestaltung der Zukunft mitwirkt. Welche Konsequenzen werden meine Pläne haben? Wie wirkt sich meine persönliche Entwicklung auf meine Familie aus oder auf meine Karriere oder auf die Menschen, die mir wichtig sind? Wo möchte ich einen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Solche Fragen solltet ihr euch zu Neumond stellen. Beruflich werdet ihr im April gut vorankommen. Vor allem die Geburtstagskinder der ersten Dekade erleben einen dynamischen Start in den Monat. In der Zeit vom 8. bis zum 16. April habt ihr einen super Glücksaspekt hier mit Jupiter. Trotzdem können sich auch berufliche Spannungen mit der Chefetage ergeben. Das gilt vor allem, wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt. Nutzt glückliche Gelegenheiten weise und geht Ärger aus dem Weg, dann seid ihr erfolgreich. Insgesamt solltet ihr berufliches und privates in diesem Monat gut trennen. Denn auch wenn ihr euch für eure Karriere mal durchsetzen müsst und eure Position mit viel Power darstellen könnt, gilt das in der Liebe nun gerade nicht. Eure Herzallerliebsten sind im Gegenteil empfindsam und möchten nicht von euch überrollt werden. Da braucht es ein bisschen Zurückhaltung und Fingerspitzengefühl und ihr solltet berufliche Spannungen möglichst nicht mit nach Hause nehmen. Aktionen mit Freunden und der Clique stehen dagegen unter guten Sternen. Eure Kumpels und Kumpelinen sind locker drauf. Am Wochenende vom 13. und 14. April haben wir besonders gute Feiersterne, wenn der Mond im Partyzeichen Löwe steht. Am 17. geht der Merkur in den Widder und beschleunigt Gespräche, Verhandlungen und Vereinbarungen. Dynamisches und scharfsinniges Marketing bringt in den kommenden Wochen Erfolge. Scheut euch nicht, da richtig Gas zu geben. Am 19. April ist Vollmond in den Zeichen Widder und Waage und der läutet dann die Ostertage ein. Tags darauf, am 20. wechselt die Sonne in den Stier und die Venus geht in euer Zeichen Widder. Dann kommt Schwung in euer Liebesleben und ihr habt Lust auf Unternehmungen zu zweit. Vielleicht könnt ihr in den Osterferien eine romantische Reise machen. Singles sind beim Flirten besonders charmant und tiefsinnig, denn die Venus aktiviert auch den Chiron und ihr macht euch Gedanken über eine bessere Welt. Das kommt gut an bei Menschen, die euch interessant finden. Die Sonne aktiviert ab Ostern für die kommenden vier Wochen euer Geldhaus. Gönnt euch doch mal was Schönes zu zweit oder mit euren Lieben. Und Top-Tage für die Liebe und die Freundschaft sind am 27. und 28. April. Verabredet euch zum Tanz in den Mai, da werdet ihr viel Spaß haben. Hallo ihr lieben Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Hier sind eure Tendenzen für den April. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im April Geburtstag habt. Liebesgöttin Venus steht die ersten drei Wochen super schön für euch und begünstigt eure Freundschaften und auch eure privaten Beziehungen. Es ist eine Zeit, um über gemeinsame Träume zu philosophieren und sich unter Freunden gegenseitig zu helfen. Allerdings müsst ihr darauf achten, dass konkrete Vorhaben auch umgesetzt werden, sonst bleibt manches im Stadium der Fantasie und Träumerei stecken. Dasselbe gilt für berufliche Projekte, die ihr gemeinsam mit Kontakten aus eurem Netzwerk anschieben wollt. Der Mars geht ab Monatsbeginn und für die kommenden sechs Wochen durch die Zwillinge. Das ist eine ganz neue Energie, irgendwie schneller und hektischer. Ihr selbst habt viele harmonische Aspekte und empfindet vielleicht den Rest der Welt als ziemlich rastlos. Da müsst ihr wahrscheinlich erst mal wieder in euren Rhythmus finden. Das Gute daran ist, dass der Mars durch euer Geldhaus läuft und viele Stiergeborene werden bemerken, dass in ihre finanziellen Angelegenheiten wieder mehr Schwung kommt. Falls man euch noch Geld schuldet oder ihr jemandem Geld schuldet, wird es jetzt Zeit, das Konto auszugleichen. Der Schicksalsneumond am 5. April fällt bei euch auf die Heiler- und Spiritualitätsachse. Ihr könnt die Neumond-Meditation nutzen, um euch mit eurer spirituellen Entwicklung zu beschäftigen. Vielleicht eröffnen sich euch neue Wege, wie ihr euch mit eurer geistigen Führung oder euren inneren Stimme verbinden könnt. Es können sich auch wichtige Botschaften durch Träume zeigen. Da lohnt es sich, ein Traumtagebuch neben das Bett zu legen. Am 11. und 12. April habt ihr zwei Top-Tage für Verständnis und Austausch und Singles kommen dann besonders gut ins Gespräch. Vielleicht suchen auch Menschen dann eure Hilfe und euren Rat. Am 19. April ist Vollmond und der läutet dann die Ostertage ein und bringt für spirituell interessierte Stiere tiefe und heilende Inspiration in der Stille. Am 20. morgens um genau 10.55 Uhr geht die Sonne dann in euer Zeichen und aktiviert für die kommenden vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Der 20. ist auch ein Top-Tag für die Liebe für euch. Abends wandert dann die Venus ins Zeichen Witter. Für das Stier-Kollektiv ist das das zwölfte Haus des Rückzugs und der Spiritualität. Vielleicht habt ihr über die Ostertage Lust zu meditieren oder einen Ort mit heilenden Kräften aufzusuchen. Achtet auch mal drauf, ob es in den kommenden drei Wochen in euren Liebesbeziehungen etwas ruhiger wird und ihr euch lieber zurückziehen oder die Liebe in der Stille genießen wollt. Aber es kommt natürlich auch sehr auf euer individuelles Horoskop an, wo die Venus dann steht. Wenn ihr zwischen dem 20. und dem 24. April Geburtstag habt, dann verbindet sich Uranus mit eurer Sonne und das läutet ein äußerst aufregendes neues Lebensjahr für euch ein. Stellt euch darauf ein, dass sich einiges an eurem Lebensstil verändern wird und vielleicht seid ihr bereits dabei, euch neu zu erfinden, ein neues Business zu starten oder, wenn ihr Single seid, eine neue aufregende Partnerschaft zu beginnen. Wenn ihr solche Entwicklungen spürt, kann es sich für euch sehr lohnen, euch als Geschenk zum Geburtstag eine Beratung mit einer Jahresvorschau zu wünschen oder euch selbst eine zu gönnen. Zum Tanz in den Mai könnt ihr den Uranus-Einfluss nutzen und genießen, um ausgelassen zu feiern und neue Leute kennenzulernen. Hallo liebe Zwillingegeborene und Zwillinge-Ascendenten, für euch ist die wichtigste Nachricht, dass Energieplanet Mars ab dem 31. März für sechs Wochen durch euer Zeichen läuft und euch mit reichlich Schwung und Power versorgt. Mars in den Zwillingen ist vor allem eine mentale Kraft. Er macht eure Gedanken messerscharf und durchschlagend. Beruflich versprechen diese Konstellationen einige Erfolge, besonders bei Verhandlungen und Vereinbarungen und wenn ihr, wie so viele Zwillinge, mit der Kraft der Gedanken und der Worte auch beruflich arbeitet, zum Beispiel als Journalisten, Blogger, YouTuber, Moderatoren und so weiter. Trotzdem gilt weiterhin wie schon im März, dass ihr Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen müsst, denn wir haben weiterhin viel Planetenkraft in den Fischen in Spannung zu eurem Sternzeichen und das heißt, dass Diskussionen auch sehr emotional geführt werden oder dass Menschen schnell etwas in den falschen Hals kriegen. Der Schicksalsneumond vom 5. April begünstigt eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. Da könnt ihr Pläne machen und darüber meditieren, wie ihr mit Hilfe eurer guten Kontakte und gemeinsam mit Gleichgesinnten in eurem Leben vorankommen könnt. In der Liebe haben Singles gute Sterne zu flirten und um die Frühlingsgefühle zu genießen. Aber seid beim neckischen Austausch auch ein bisschen vorsichtig. Mancher Scherz könnte schärfer ausfallen, als ihr es gewollt hattet und euer Gegenüber vor den Kopf stoßen. Top-Tage für Flirt und Freundschaften sind am 14. und 15. April. Bei festliierten Zwillingen könnten in diesem Monat alte Geschichten nochmal auf den Tisch kommen und eure Aufmerksamkeit erfordern und zwar im Hinblick auf eure gemeinsamen Verpflichtungen und Verträge. Dann bitte nicht ungeduldig werden oder deshalb einen Streit mit dem Partner anfangen. Die Vergangenheit muss gegebenenfalls angeschaut und aufgearbeitet werden, sonst behindert sie eure gemeinsame Zukunft. Vielleicht können euch auch gute Freunde dabei helfen, die Angelegenheit zu sortieren. Am 17. April wechselt der Merkur in den Widder und steht dann sehr günstig für euch. Ihr habt dann drei höchstproduktive Wochen vor euch und seid gedanklich super inspiriert. Dann lässt auch diese allgemeine emotionale Empfindlichkeit nach und eure scharfsinnigen Scherze kommen besser an. Der Vollmond vom 19. April steht super günstig zur Zwillinge Sonne und das Wochenende drauf ist super zum Flirten, Ausgehen und um den Frühling zu genießen. Am 20. April um 10.55 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Stier. Das ist für das Zwillinge Kollektiv das zwölfte Haus des Rückzugs. Vielleicht habt ihr Lust auf ein spirituelles Osterfest oder nutzt die Osterferien, um einfach mal so richtig auszuschlafen und eure Träume zu erforschen. Das würde zu der Konstellation passen. Die Sonne verstärkt dann für vier Wochen euer Interesse an der praktischen Spiritualität. Ganz wichtig für euch ist der Eintritt der Venus am 20. ins Zeichen Widder. Sie geht dann für drei Wochen durch euer Freundschaftshaus. Das ist super für neue Kontakte und Freundschaften. In den Ostertagen kann übrigens auch ein möglicher Konflikt im Freundeskreis zu einer Heilung kommen. Die Tage vom 23. bis zum 27. April können in beruflicher Hinsicht kritisch werden. Ein Konflikt ist spürbar, aber nicht recht greifbar. Mit dem Mars in eurem eigenen Zeichen wollt ihr kämpfen, aber ihr wisst nicht so recht, woran ihr seid und wo euer Gegner steht. Deswegen Ball flach halten und warten bis zum Monatsende, dann seht ihr wieder klarer. Zum Tanz in den Mai habt ihr schöne Liebes- und Flirtsterne. Hallo ihr lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Jetzt wollen wir für euch in die Sterne schauen. Der Monat beginnt mit sehr angenehmen, schönen Konstellationen, denn die Venus steht in den Fischen zusammen mit Neptun und bildet sehr schöne Aspekte zur Krebssonne. Das ist für die Liebe ganz wunderbar und wenn ihr noch Single seid, ist gerade die erste Woche wunderbar, um jemand Tolles kennenzulernen. Besonders wenn ihr unterwegs seid, auf Reisen oder auch beruflich könnte euch dabei die Liebe begegnen. Und diese schöne Tendenz hält an bis zum 20. April. Weiterhin gilt, dass Saturn und Pluto in eurem Partnerhaus stehen und Begegnungen sehr viel Tiefe und Substanz haben können. Deshalb verschenkt euer Herz nicht leichtfertig. Der Schicksalsneumond am 5. April ist für euch besonders wichtig. Für das Krebskollektiv fällt er ins 10. Haus der Ziele und Berufung und ist verbunden mit der Mondknotenachse, die in euer Zeichen weist. Es geht darum, wie eure Ziele zu eurem Leben und eurer Familie und Partnerschaft passen und ob ihr hinter dem steht, was ihr beruflich tut. Möglicherweise zeigen sich auch Belastungen aus der Vergangenheit, von denen ihr loslassen müsst, um euch weiterzuentwickeln. Das können auch alte Beziehungen sein, die euch behindern. Auch über eure Vorbildfunktion könnt ihr meditieren, denn ihr könnt wichtige gesellschaftliche Impulse setzen, solange der Mondknoten im Krebs steht. Gegebenenfalls gönnt euch doch zu diesem Thema mal eine Beratung, denn das ist ja so ein mega wichtiger Transit und den hat man nur alle 18,5 Jahre einmal im eigenen Zeichen. Auch die Partnerschaftsthemen sind durch diese Konstellation angesprochen und die sind nicht immer einfach. Es gibt viel zu regeln und man muss sich mit dem Partner immer wieder drüber auseinandersetzen, was man sich gegenseitig zugesteht und wo die Grenze ist. Doch gerade jetzt im April könnt ihr über solche Sachen vertrauensvoll ins Gespräch kommen und euch einig werden. Die beste Zeit dafür ist zwischen dem 3. und dem 16. April. Allerdings gibt es auch ein paar Sollbruchstellen in diesem Monat. Wenn sich herausstellt, dass eine Beziehung wirklich ihren Zweck erfüllt hat und nicht mehr gut für euch ist, könnte sich das in den Tagen um den 8. bis 13. April zeigen. Ab dem 17. April ändert sich die Energie spürbar. Zuerst wechselt der Merkur in den Widder und dann haben wir am Karfreitag, den 19. April, den Vollmond in den Zeichen Widder und Waage und am 20. wechselt dann auch die Venus in den Widder und aktiviert den Chiron. Möglich, dass ihr euch über die Ostertage viele Gedanken über eure wahre Berufung und eure Lebensziele macht. Ihr könntet über die Feiertage einen spirituellen Kraftort aufsuchen und um Heilung für eure gesundheitlichen oder seelischen Probleme bitten. Das würde euch gut tun. Ebenfalls am 20. morgens um 10.55 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Stier und bildet dann für vier Wochen einen positiven Freundschaftsaspekt zur Krebssonne. Das ist ein Hinweis, dass auch gute Freunde euch dabei helfen können, zu neuen Denkansätzen und Lösungsideen zu kommen. Der 29. und 30. sind zwei Top-Tage für euch und zum Tanz in den Mai stehen die Konstellationen sehr romantisch. Hallo ihr lieben Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Im April genießt ihr über weite Strecken schöne und vitalisierende Aspekte von der Sonne und Glücksplanet Jupiter und ab dem 20. auch von der Venus. Da sprießen die Frühlingsgefühle und ihr seid sehr beliebt. Die festliierten Löwen haben sehr romantische Sterne und fühlen sich von ihren Herzallerliebsten auch in Job und Alltagsfragen verstanden und unterstützt. Zwei Besonderheiten gibt es allerdings zu beachten. Uranus steht ja jetzt im Stier und bildet eine Spannung zur Löwesonne. Und zwar, wenn ihr ganz zu Anfang des Zeichens Löwe Geburtstag habt. Und gerade zu Beginn des Monats kann das auf eine prickelnde, aber etwas gefährliche Flirtsituation hinweisen. Eventuelle Verehrer oder Verehrerinnen scheinen sich nicht drum zu kümmern, falls ihr schon gebunden seid. Also passt da ein bisschen auf. Und wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, habt ihr jetzt Lilith-Entspannung zu eurer Sonne stehen und zwar hier in eurem Partnerhaus und auch das kann auf einen heißen Flirt hinweisen, der vielleicht mit Komplikationen verbunden ist. Vielleicht habt ihr es auch mit einer Person zu tun, die kratzbürstig und abweisend ist, was ihr aber sehr spannend findet. Der Schicksalsneumond am 5. April im Widder steht günstig zur Löwesonne. Er regt euch an, Reisepläne und Zukunftspläne zu schmieden. Lasst doch mal in der Meditation eure Gedanken schweifen, wohin ihr dieses Jahr verreisen möchtet. Der Neumond hat aber auch eine Verbindung zu euren beruflichen Themen. Ihr könnt also auch um Eingebungen bitten, wie ihr eine Jobsituation meistern könnt, die ihr euch zuletzt herausgefordert hat. Der Mars in den Zwillingen steht günstig zur Löwesonne und macht euch produktiv und unternehmungslustig, vor allem im Kreis eurer Freunde und Kumpels. Aber auch für euer berufliches Fortkommen ist es eine gute Konstellation. Top-Tage für alle Frühlingsaktivitäten habt ihr an dem Wochenende vom 13. und 14. April. Beruflich sind der 17. und 18. besonders gut für euch. Am 17. wandert Merkur in den Widder und beflügelt eure Pläne und Ideen. Am Karfreitag, den 19. April, ist Vollmond in den Zeichen Widder und Waage. Der steht sehr günstig für euch. Am 20. folgt die Venus in den Widder und steht dann für drei Wochen sehr positiv. Die Sterne über Ostern sind ideal für eine Reise. Vielleicht habt ihr ja für die Osterferien schon was Schönes geplant. Wenn ihr euch ein spirituelles Ostern wünscht, wäre ein Retreat mit Yoga und spirituellen Übungen an einem schönen Ort einfach ideal. Das ist auch eine gute Alternative, falls ihr alleinstehend seid. Ebenfalls am 20. morgens um 10.55 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Stier. Für das Löwe-Kollektiv ist das das 10. Haus der Karriere und dort trifft sie sich dann auch gleich mit Uranus. Das kann eine überraschende berufliche Chance oder Herausforderung anzeigen, vor allem wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt. Falls ihr also nach den Ostertagen direkt wieder zur Arbeit geht, nehmt euch vor, hellwach und auf alles gefasst zu sein, damit ihr schnell und professionell reagieren und eventuell eine wichtige Chance ergreifen könnt. Auf der persönlichen Ebene sollte der Monat harmonisch und angenehm für euch ausklingen und zum Tanz in den Mai sind die Singles unter euch bestimmt von Verehrerinnen und Verehrern umschwärmt. Hallo ihr lieben Jungfraugeborenen und Jungfrauraszendenten. Ihr habt im April schöne Aussichten für gesellige Begegnungen und tauscht euch gerne aus. Wenn ihr gerade frisch verliebt seid, gehen euch die Inspirationen nicht aus, euren Flirt oder Partner mit süßen Liebesbotschaften zu verzaubern. Schwierig ist das nur dann, wenn eine Liebessituation unklar ist, denn ihr neigt dazu, alles ein bisschen durch die rosa Brille zu sehen. Deswegen, wenn ihr euch bei einem Flirt nicht ganz sicher seid, dann denkt an meine 90-Tage-Regel und guckt euch den neuen Kandidaten erst mal drei Monate an, bevor ihr euch näher drauf einlasst. Wer euch wirklich mag, wird auch die Geduld dafür aufbringen. Das solltet ihr euch wert sein. Der Uranus steht jetzt im Stier und bildet einen vorteilhaften Aspekt zur Jungfrausonne und das wirkt besonders auf die Geborenen der ersten Dekade erfrischend. Wundert euch nicht, wenn zu euren sowieso schon vielen Projekten ständig neue Ideen dazukommen. Eventuell müsst ihr euch ein bisschen sortieren, damit ihr euch nicht verzettelt. Der Schicksalsneumond im Widder am 5. April fällt in euer 8. Sonnenhaus. Das Thema ist, von alten Ängsten loszulassen, die eure Beziehung und eure Sicherheit betreffen. Auf der praktischen Ebene könnt ihr zum Beispiel in den kommenden vier Wochen mal eure ganzen Versicherungen durchgehen, ob ihr die wirklich alle noch braucht. Auf der seelischen Ebene geht es darum, wem ihr vertrauen könnt und ob ihr mit dem festen Partner an einem Strang zieht, wenn es ums Manifestieren eurer Herzensprojekte geht. Es mag euch manchmal so vorkommen, als ob andere Bekannte euch besser verstehen als euer eigener Herz aller Liebster, aber das solltet ihr euch genau anschauen, ob das nicht vielleicht eine Illusion ist. Leute, mit denen man keine gemeinsamen Verpflichtungen teilt, können leicht schöne Worte machen. Davon dürft ihr euch nicht täuschen lassen. Beruflich kann es ein produktiver Monat werden, in dem ihr neue Projekte starten könnt. Allerdings steht der Mars in den Zwillingen, der steht hier nämlich in eurem Karrierehaus, auch in Spannung zur Jungfrau Sonne und das kann euch gereizt und nervös machen. Manches geht euch nicht schnell genug oder es nervt euch, dass andere offenbar ewig brauchen, um eure Argumente zu verstehen. Lasst es darüber nicht zu Konflikten kommen, das bringt gar nichts. Am 17. April geht der Merkur in den Widder. Das beschleunigt viele Vorgänge und dann sind eure Gesprächspartner wacher und gewitzter. Der Vollmond am Karfreitag, den 19. April, aktiviert ebenfalls das Zeichen Widder und am 20. wandert auch die Venus in den Widder. In den Ostertagen kann sich dann ein Konflikt in euren festen Beziehungen zeigen, doch verbunden mit der Chance auf eine Heilung, weil sich die Venus dort mit Chiron trifft. Am 20. wandert morgens auch die Sonne ins Zeichen Stier und sie bildet dann für die kommenden vier Wochen einen super Aspekt zur Jungfrau Sonne und aktiviert eure Lust, Pläne zu machen und zu verreisen. Das ist toll, wenn ihr über Ostern eine Urlaubsreise vorhabt. Am 24. und 25. habt ihr zwei Top-Tage zum Planen und an euren Herzensprojekten zu arbeiten. Beruflich ist die Zeit vom 23. bis 28. etwas heikel, da können sich Missverständnisse ergeben und falls ihr einen Flirt oder eine Affäre in der Firma habt, solltet ihr in dieser Zeit sehr vorsichtig damit umgehen. Danach entspannen sich die Konstellationen wieder und zum Tanz in den Mai stehen eure Sterne sehr romantisch für euch. Hallo ihr lieben Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Ihr startet in den April mit der Sonne in eurem Partnerhaus. Das ist besonders schön für Vage-Singles, die jemanden kennenlernen möchten. Und eure Herrscherin, die Venus, steht im Jobbereich des Vage-Kollektivs und das spricht dafür, dass ihr bei der Arbeit recht heiterer Stimmung seid und angenehme Momente im Kollegenkreis erlebt. Der Mars steht den ganzen Monat über in den Zwillingen in einem super Aspekt zu eurer Sonne und das wirkt produktiv und anregend auf euch und zwar besonders in mentaler Hinsicht. Ihr seid geistig frisch und habt Vertrauen in eure Zukunft. Der Schicksalsneumond vom 5. April ist sehr komplex und umfasst viele verschiedene Themen für euch. Neue Begegnungen und wichtige Partnerschaften spielen jetzt eine große Rolle, denn der Neumond fällt in euer Partnerhaus und gleichzeitig habt ihr aber auch weiterhin viele Familienverpflichtungen. Falls ihr mit Häusern und Immobilien zu tun habt, gibt es womöglich schon länger Schwierigkeiten und das ist auch ein Thema. Ihr könnt den Neumond nutzen, um zu überlegen, durch welche neuen Strategien ihr schon länger bestehende Probleme lösen könnt. Es scheint darum zu gehen, euch eventuell von bestimmten Leuten zu trennen, die euch da bisher kein Glück gebracht haben und neue Partnerschaften einzugehen, sei es persönlich oder beruflich. Oder wenn es ums Haus geht, muss man eventuell die Handwerker wechseln. Solche Sachen. Die Konstellation weist auch darauf hin, dass ihr über all das eure Lebensziele und auch Karriereziele nicht aus den Augen verlieren dürft. Ist ein komplexer Neumond, aber eure Herrscherin, die Venus, steht günstig zu dieser Konstellation. Das heißt, ihr findet gute Leute, die euch unterstützen. Scheut euch nicht, mit vertrauenswürdigen Menschen über diese Angelegenheit zu sprechen und gegebenenfalls auch um Hilfe zu bitten. Auch der Jupiter ist ja weiterhin auf eurer Seite, sodass euch der Optimismus und die Ideen nicht ausgehen. Und der Jupiter macht ja über die Monatsmitte zwischen dem 8. und dem 16. einen ganz tollen Aspekt zur Sonne. Wir haben hier die Sonne, da den Jupiter und das Ganze gut zu eurer Waagesonne. Also da wird euch der Optimismus nicht ausgehen. Ab dem 17. April bevölkert sich euer Partnerhaus mit Planeten. Zuerst geht der Merkur in den Widder und trifft sich dort mit Hieron. Dann haben wir den Ostervollmond am 19. in den Zeichen Widder und Waage und am 20. wandert dann auch die Venus in den Widder. Sie bringt dann für drei Wochen sehr prickelnde Impulse in euer Liebesleben und ihr könnt euch auf viele Frühlingseinladungen freuen und auf ein Aufblühen der Frühlingsgefühle. Falls ihr Osterferien habt, ist das eine Zeit zum Ausspannen und Genießen. Außerdem trifft sich die Venus zwischen dem 21. und 23. April mit dem Chiron. Das heißt, eine partnerschaftliche Belastungssituation kann zu einer Heilung kommen, wenn ihr euch liebevoll darüber austauscht. Das gilt besonders für die ersten Dekade der Waagegeborenen. Am 20. April morgens um 10.55 Uhr wechselt die Sonne ins Zeichen Stier und lässt beim Waage-Kollektiv die festen Beziehungen aufblühen. Vielleicht merkt ihr das, wie ihr Lust bekommt, mit eurem festen Schatz mehr zu unternehmen und euch auch enger zusammenzutun, um Familienangelegenheiten zu regeln. Dabei kommt ihr auf ganz neue Ideen und Denkansätze. Am Wochenende vom 27. und 28. bekommt ihr vom Kosmos zwei Top-Tage für die Liebe, Freundschaft und Kreativität geschenkt. Wunderschön stehen eure Sterne auch zum Tanz in den Mai ideal, um auszugehen und sich zu amüsieren. Und falls ihr alleinstehend seid, stehen die Sterne auch sehr schön für eine spirituelle Feier anlässlich des Beltane-Festes. Hallo ihr lieben Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Der April startet mit herrlichen Konstellationen für kreative und verliebte Skorpione. Hoffentlich habt ihr Zeit, euch Herzensprojekten oder Hobbys zu widmen, besonders wenn die mit Kunst, Musik oder sonstigen kreativen Tätigkeiten zu tun haben. Wer von euch beruflich mit Medien oder der Bühne zu tun hat, kann sich wunderbar ausdrücken und das Publikum verzaubern. Wer einen Liebespartner hat, kann sich auf sinnliche und zärtliche Momente freuen und das alles bis zum 20. April. Nutzt diese Phase, denn gegen Ende des Monats kann es in der Liebe ein paar Verwicklungen geben, da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Wenn ihr noch Single seid, bringt euch jetzt Aufreger Uranus. Spannende neue Impulse für Begegnungen und neue Leute kreuzen euren Weg, denn der Uranus steht für Skorpion-Kollektiv im Partnerhaus. Und das gilt besonders für die erste Dekade der Skorpiongeborenen. Aber beruflich könnt ihr auch was reißen, denn die Sonne im Widder aktiviert euer Sonnenhaus des Berufs und da findet auch der Schicksalsneumond vom 5. April statt. Wenn ihr zum Beispiel als Heiler, Berater oder Coaches oder in einem Sozialberuf tätig seid, also als Evolutionsagenten, könnt ihr darüber meditieren, was ihr dort in den nächsten vier Wochen oder auch im kommenden Jahr erreichen wollt und auch welche neuen Projekte ihr gerne anschieben möchtet. Ihr habt großartige Ideen, mit denen ihr auch gesellschaftlich wichtige Impulse setzen könnt. Ihr könnt den Neumond auch nutzen, um über ein persönliches Gesundheitsthema zu meditieren, für das ihr nach Lösungen sucht. Ihr bekommt bestimmt wertvolle Eingebungen dafür. Auch wenn ihr mit eurer Jobsituation nicht zufrieden sein solltet, kann euch dieser Neumond helfen, über neue Strategien nachzudenken, wie ihr eure Situation verbessern könnt. Am 11. und 12. April habt ihr zwei Top-Tage für euren kreativen oder erotischen Flow und vielleicht geht ja auch beides zusammen. Ab dem 17. ändert sich die Energie spürbar. Zunächst wechselt der Merkur in den Widder und das alles passiert eben in eurem sechsten Haus des Jobs und der Gesundheit. In den Ostertagen können sich deshalb gesundheitlich oder seelische Schwachstellen bemerkbar machen, verbunden mit der Chance auf eine Heilung, weil dort auch Chiron steht. Ihr könntet zum Beispiel über Ostern einen spirituellen Ort mit Heilkräften aufsuchen. Am 20. wechselt die Sonne in den Stier und aktiviert für die kommenden vier Wochen euer Partnerschafts- und Beziehungsleben. Zwischen dem 20. und dem 24. bildet sie dabei einen äußerst prickelnden Aspekt mit Uranus, das ist super heiß für Singles, um jemand Neues kennenzulernen. Allerdings kann es dann zu diesen erwähnten Liebesverwicklungen kommen, wenn ihr nämlich flirtet oder euch heimlich mit jemandem trefft, obwohl ihr fest gebunden seid. Da ist die Zeit zwischen dem 24. und 28. etwas gefährlich und es könnte darüber zu einem bösen Streit in eurer festen Partnerschaft kommen. Das müsst ihr euch gut überlegen, ob es das wert ist. Wartet lieber ab, die Krisenaspekte sind zum Monatsende wieder vorbei und vieles spricht dafür, dass ihr einen harmonischen und lustigen Tanz in den Mai habt. Hallo meine lieben Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Wow, das wird ein prickelnder Monat für euch, der April. Energieplanet Mars wandert durch euer Partnerhaus. Das ist besonders interessant für Schütze-Damen, denn der Mars steht für knackige Verehrer, die sich richtig was einfallen lassen, um euch zu erobern. Es wird gescherzt und viele Flirts verlaufen nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Die Sonne im Widder verleiht euch Vitalität und Lebensfreude und Lust rauszugehen und was zu unternehmen. Außerdem habt ihr einen mächtigen Glücksaspekt mit der Sonne und Jupiter. Der Schicksalsneumond am 5. April steht günstig zu eurer Sonne und es geht um das Thema Lebensfreude. Ihr könnt also darüber meditieren, welche Aktivitäten euch in den kommenden vier Wochen oder auch in den nächsten zwölf Monaten besonders viel Lebensfreude verheißen und wie ihr die in euer Leben integrieren könnt. Die schicksalhafte Spannung in diesem Neumond weist allerdings auf eure Werteachse. Habt ihr überhaupt genug Kohle, um eure Herzensprojekte zu verwirklichen? Das ist häufig die Frage. Oder auch, wie viel es euch wert ist, in eure Lebensfreude zu investieren und wenn ihr fest liiert seid, geht es auch darum, inwiefern ihr eure Lebenspartner daran teilhaben lasst. Diese Überlegungen könnt ihr auch in eure Meditation mit einbeziehen. Der Merkur ist zwar wieder direktläufig, aber ihr müsst trotzdem damit rechnen, dass ihr etwas verpeilt seid und euch mit Terminen und Absprachen vertun könntet. Es kann zum Beispiel passieren, dass ihr euch verabredet, um Spaß zu haben und darüber vergesst, dass ihr noch etwas bei euch zu Hause oder für einen Familienmitglied erledigen wolltet. Deshalb alles schön im Kalender eintragen, damit es dann nicht zu Verstimmungen kommt. Aber die Venus zeigt, dass euch im Grunde keiner böse sein kann, solange ihr lieb seid. Und da müsst ihr direkt ein bisschen aufpassen, denn der Mars kann euch etwas gereizt machen und dann wollt ihr unbedingt Recht haben. Da solltet ihr den Ball lieber flach halten. Vom 8. bis zum 16. bildet Jupiter einen Glücksaspekt für euch. Aber gleichzeitig steht er auch in Spannung zur Venus und das kann euch dazu verführen, euch des Guten zu viel zu tun und zu viel Geld auszugeben. Also seid damit ein bisschen vorsichtig. Am 17. wandert der Merkur in den Widder, dann lässt auch diese Neigung zur Verpeiltheit nach, außer bei denjenigen, die den Neptun-Aspekt direkt auf der Sonne haben. Die müssen weiterhin aufpassen. Nähere Infos dazu findet ihr in meinem Jahrbuch. Am 19. April haben wir dann den Vollmond in den Zeichen Widder und Waage, der die Ostertage einläutet. Und am 20. geht dann auch die Venus in den Widder. Das ist alles super günstig für euch und ihr könnt euch dann auf drei herrliche Frühlingswochen freuen, in denen ihr viel Schwung und schöne Liebeschancen habt. Genießt es, wenn ihr über Ostern frei habt. Viele Schützen sind ja auch sehr sportlich und haben Spaß an der Bewegung. Und wenn ihr Single seid, könnt ihr beim Sport auch coole Leute kennenlernen. Am 20. wechselt die Sonne in den Stier und aktiviert beim Schütze-Kollektiv für die kommenden vier Wochen den Berufsbereich hier im sechsten Haus. Für den Rest des Monats wird es teilweise schwer, sich zu entscheiden, denn ihr habt traumhafte Erotik-Aspekte, aber auch beruflich gute Möglichkeiten voranzukommen. Da kann sich eine ganz überraschende Chance ergeben, die ihr dann gegebenenfalls ergreifen müsst. Zum Tanz in den Mai werdet ihr bestimmt ausgelassen feiern. Hallo meine lieben Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Für euch wird es ein dynamischer Monat. Viele Steinbock-Geborene bauen fleißig an ihrer Karriere und jetzt im April habt ihr auch familiär einige Projekte laufen, die eure Aufmerksamkeit und euren Einsatz fordern. Falls ihr Ostern etwas mit der Familie vorhabt, seid ihr wahrscheinlich der treibende Motor, der alles organisiert. Der Schicksalsneumond am 5. April fällt denn auch in euer Familienhaus, aber auch eure persönliche Entwicklung und eure Partnerschaftsthemen werden aktiviert. Es ist also eine ganz umfassende Konstellation. Und wenn ihr die Neumond-Meditation nutzen wollt, bieten sich dafür folgende Leitgedanken an. Von welchen alten Personen oder Themen müsst ihr loslassen, um mit neuen Leuten in eine gute Zukunft zu starten? Wie könnt ihr eure Familienangelegenheiten mit euren beruflichen Plänen und Zielen in Einklang bringen? Und wer kann euch gegebenenfalls dabei unterstützen? Und wenn ihr alleinstehend seid, welche seelischen Blockaden oder auch Leute aus eurer Vergangenheit hindern euch daran, frei für eine Zukunft mit einem neuen Partner zu werden und den Mondknoten im Partnerhaus auszunutzen. Venus, Merkur und Neptun stehen günstig zu euch in den Fischen und fördern einen liebevollen Austausch mit den Menschen, die euch wirklich wichtig sind und die ihr in eure Überlegungen mit einbeziehen wollt. Deshalb gehört auch die Kontaktaufnahme mit wichtigen Leuten auf eure To-Do-Liste. Am 7. und 8. April habt ihr zwei Top-Tage für solche Gespräche und für Singles, um neue Leute kennenzulernen. Der Mars in den Zwillingen steht bei euch den ganzen Monat über im sechsten Haus der Alltagsroutinen. Ihr könnt also eine Menge geschafft bekommen. Aber achtet darauf, euch nicht zu viel vorzunehmen und zu verzetteln. Übrigens, Mars im sechsten Haus kann auch Entzündungen und Allergien anfachen. Das gilt jetzt für das Steinbock-Kollektiv. Achtet mal drauf, ob das auch auf euch persönlich zutrifft. In der zweiten Aprilwoche kann es zu Spannungen kommen, wenn ihr euch zu viel vornehmt oder eure Interessen mit denen anderer, speziell der Familie, aneinander geraten. Liebevolle Kommunikation hilft weiterhin, solange Venus und Merkur noch gut zu euch stehen. Ab dem 17. steigt die Energie, denn dann wandert der Merkur in den Widder und dann haben wir am Karfreitag am 19. den Vollmond ebenfalls in den Zeichen Widder und Waage und am 20. geht dann auch die Venus in den Widder und das alles in Spannung zur Steinbock-Sonne. Allerdings wandert dann am 20. auch gleichzeitig die Sonne in den Stier und trifft sich dann mit Uranus und das alles im günstigen Aspekt zu euch. Nämlich hier im fünften Haus der Lebensfreude. Und das kann für frische, neue Impulse sorgen. Das Beste mit diesen Konstellationen sind Aktivitäten. Unternehmt zu Ostern was gemeinsam mit der Familie. Bewegt euch draußen an der frischen Luft oder nutzt die freien Tage, um etwas für eure Gesundheit zu tun. Singles haben am 20. und 21. gute Sterne für Geselligkeit mit Freunden und Gleichgesinnten. Wenn ihr euch ein ganz und gar spirituelles, besinnliches Ostern wünscht, käme eventuell ein Osterretreat in Frage mit spirituellen Übungen und Yoga und solchen Sachen. Aber die Steinböcke mit Familie würden ihre Lieben dann, glaube ich, vermissen, selbst wenn sie ihnen tendenziell auf die Nerven gehen. Immerhin aktiviert die Sonne ab Ostern ja für vier Wochen eure Lebensfreude und auch eure Lust an Sinnlichkeit und Kuscheln, falls ihr einen Partner habt. Und zum Tanz in den Mai habt ihr zwei Top-Tage für Party und Flirt. Hallo ihr lieben Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Freut euch auf einen schwungvollen Monat. Für euch steht der Schicksalsneumond am 5. April sehr günstig und verspricht spannende neue Impulse, die euch wahrscheinlich sehr inspirieren werden. Auch der Mars in den Zwillingen steht top zur Wassermann-Sonne und fördert das scharfsinnige Denken. Das heißt, es wird ein Monat voller interessanter Gespräche und guter Einfälle für euch. Und diese Energie steigert sich im Laufe des Monats immer weiter. Das ist auch wichtig für die Geburtstagskinder aus der ersten Dekade, die jetzt den Uranus-Aspekt aus dem Stier empfangen. Und welche Geburtstagskinder das genau sind, könnt ihr in meinem Jahrbuch nachlesen. Denn für die stehen starke Neuausrichtungen im Leben an, die nicht immer ganz leicht zu integrieren sind. Aber in diesem Monat habt ihr begleitend sehr viele günstige Aspekte, die euch optimistisch machen und inspirieren, so dass ihr diese Neuausrichtung im besten Licht sehen und die vielen damit verbundenen Chancen wahrnehmen könnt. Für alle Wassermann-Geborenen gilt, dass ihr diesen Neumond gut nutzen könnt, um über neue Vorhaben und Veränderungen in eurem Leben nachzudenken und euch inspirieren zu lassen, wie ihr sie am besten umsetzen und gestalten könnt. Auch Glücksplanet Jupiter steht günstig für euch und weist darauf hin, dass es Freunde und Gleichgesinnde gibt, mit denen ihr euch austauschen könnt und die euch im gegenseitigen Einvernehmen auch gerne unterstützen. Für manche Wassermänner steht es jetzt auch an, selbst als Mentoren aufzutreten und jüngeren Menschen ihre Erfahrung und Expertise anzubieten. Wenn nicht andere Planeten schwierig zu eurem Horoskop stehen, solltet ihr im April mindestens ein spannendes neues Vorhaben an den Start bringen können und einige Erfolgserlebnisse haben. Den Glücksaspekt vom 8. bis zum 16. April könnt ihr da sicherlich auch noch sehr gut für euch ausnutzen. Eine kleine Warnung gilt allerdings für die Finanzen. Möglich, dass ihr da hochfliegende Pläne habt oder dass man euch fantastische Angebote macht, aber da wäre ich vorsichtig. Auch beim Geld ausgeben. Wenn es etwas ist, wofür es sich lohnt, fein, aber bei allem, wo erstmal nur was versprochen wird, solltet ihr euch zurückhalten. Am Wochenende vom 13. und 14. habt ihr Top-Sterne für Geselligkeit und Singles können interessanten Menschen begegnen. Am 17. wandert der Merkur in den Widder und in eure gedanklichen Prozesse und Gespräche kommt noch mehr Schwung. Der Ostervollmond am 19. April am Karfreitag in den Zeichen Widder und Waage steht sehr schön zur Wassermannsonne. Und am 20. geht auch die Venus in den Widder und lässt für dreieinhalb Wochen eure Liebeschancen gewaltig steigen. Am gleichen Tag geht die Sonne in den Stier, wo sie sich dann hier mit Uranus verbindet und beide senden dann aufregende oder anregende Impulse für euch. Möglich, dass eure Familienpläne durcheinandergewirbelt werden und alles ganz anders kommt als gedacht. Deshalb könnt ihr Ostern am besten genießen, wenn ihr bei euren Plänen Freiraum für spontane Ideen lasst. Vielleicht habt ihr auch Lust, unterwegs zu sein. Kurze Reisen zu Freunden oder Verwandten in der Nähe stehen unter guten Sternen. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden vier Wochen den Familienbereich des Wassermann-Horoskops und Venus und Merkur zeigen, dass es viel zu besprechen gibt. Ich denke, egal mit wem ihr eure Zeit verbringt, es wird viel gelacht und gescherzt. Und zum Tanz in den Mai werdet ihr euch bestimmt prächtig amüsieren. Hallo meine lieben Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Der April beginnt mit vielen süßen, liebevollen und verzauberten Momenten, aber auch ein bisschen verpeilt. Wie schon im März müsst ihr euch gewaltig konzentrieren, um alle Termine einzuhalten und euch zu organisieren. Aber die Venus steht noch für drei Wochen in eurem Zeichen. Ihr seid beliebt und charmant. Euch kann keiner böse sein und ihr könnt jederzeit gute Freunde um Hilfe bitten. Die werden vielleicht den Kopf schütteln, aber trotzdem für euch da sein. Für die Liebe ist dieser Venus-Aspekt natürlich auch sehr schön, sei es, dass ihr euren Schatz um den Finger wickelt oder dass ihr neue Flirts oder Kandidaten bezaubert. Allerdings steht der Mars ein bisschen quer zu euch. Hier im vierten Haus der Familie, das kann euch gereizt und konfus machen. Lasst euch nicht provozieren. Mit Freundlichkeit und Verbindlichkeit erreicht ihr viel mehr, als wenn ihr euch auf wilde Diskussionen einlasst. Der Schicksalsneumond am 5. April fällt in den Wertebereich des Fische-Horoskops, wo es um euren Besitz, aber auch um euren inneren Reichtum geht. Da kommt es jetzt darauf an, wo ihr gerade steht, in welche Richtung ihr diese Konstellation nutzen wollt. Ihr könnt zum Beispiel eine Reichtumsmeditation machen und euch darauf einschwingen, den magischen Geldfluss in euer Leben zu lenken. Auf der persönlichen und seelischen Ebene könnt ihr über euren inneren Reichtum nachdenken und auf welche Weise sich der auch in eurem äußerlichen Leben manifestieren könnte. Eingebunden ist auch euer Freundschaftsthema. Inwiefern sind eure Freunde wertvoll für euch? Neue Freunde und solche, die ihr schon lange kennt? Und inwiefern müsst ihr vielleicht auch von einer Freundschaft loslassen, die ihren Zweck nun erfüllt hat? Der Glücksaspekt von Jupiter vom 8. bis 16. April kann euch beruflich eine sehr gute Phase bescheren, die sich auch finanziell positiv auswirken kann. Dabei gilt, bei Vereinbarungen und Verträgen genau auf die Details achten und selber auch nicht mehr versprechen, als ihr auch einlösen könnt. Dann sollte es sehr gut für euch laufen. Beruflich könnt ihr auf alteingesessene und bewährte Kontakte zählen. Da könnt ihr ruhig ein bisschen Kontaktpflege betreiben. Die freuen sich, wenn ihr an sie denkt. Am 17. April verlässt der Merkur euer Zeichen und geht in den Widder. Anschließend haben wir am 19. April den Ostervollmond in den Zeichen Widder und Waage und am 20. wechselt auch die Venus in den Widder. Da kommt dann noch mehr Energie in den Wertebereich eures Horoskops und eure Wünsche vom Neumond können in den kommenden Wochen in Erfüllung gehen. Am 20. wechselt auch die Sonne in den Stier und trifft sich dort mit Uranus und das Ganze in einem sehr günstigen Aspekt zu eurer Sonne. Vielleicht habt ihr über Ostern besonders schöne Eingebungen. Die solltet ihr aufschreiben, damit sie euch nicht verloren gehen. Und die Sonne aktiviert dann für die kommenden drei Wochen den Kommunikationsbereich eures Horoskops, also im Fische-Kollektiv. Das spricht auch dafür, dass ihr gute Einfälle habt und inspiriert seid. Zwischen dem 23. und dem 28. April könnte es ein paar stressige Momente geben. Wenn ihr nämlich auf irgendeine Unternehmung keine Lust habt, dann vergesst ihr den Termin und das führt dann zu Unstimmigkeiten. Seid lieber ehrlich und sagt vorher, falls ihr auf irgendwas überhaupt keine Lust habt. Diese Tendenz hält noch bis zum Monatsende an. Da fahrt ihr am besten mit eurer Strategie, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Zum Tanz in den Mai legen sich die Krisenaspekte aber wieder und ihr habt sehr schöne Sterne, sei es um auszugehen und euch zu amüsieren oder um in der Stille den spirituellen Gehalt des Beltane-Fests zu zelebrieren. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im April. Jetzt habe ich noch einige Infos über meinen Service und die Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Das Kundentelefon ist keine Hotline, sondern da erreicht ihr meine Assistentin, die euch dabei hilft, eine Beratung zu buchen und einen Termin zu vereinbaren. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Das erste Quartal des Jahres ist jetzt rum, aber auch jetzt lohnt sich weiterhin ein Blick in mein Jahrbuch. Darin könnt ihr einfach alles, was wichtig ist, jederzeit nachschlagen. Vor allem die langfristigen Tendenzen für jedes Sternzeichen, die ich hier auch nicht jeden Monat wiederholen kann und die Geburtstagskinder, die besondere Aspekte empfangen. Und ihr erfahrt, wann die Planeten 2019 das Zeichen wechseln. Die Links zum Bestellen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. März um 18.30 Uhr. Und da könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Dann hatte ich einen Termin für den 19. April angedacht, aber das ist ja der Karfreitag und da widme ich mich der Familie. Und ihr habt vielleicht auch was anderes vor. Ich gebe dann den neuen Termin im nächsten Video oder Livestream bekannt. Und das sind die nächsten Livestream-Termine. Wir machen einen Neumond-Talk am 5. April, das ist dann tatsächlich der Tag des Neumonds, und einen Vollmond-Talk am 18. April am Tag vor dem Ostervollmond und jeweils um 20.30 Uhr. Da verlose ich dann in der Sendung auch wieder eine Live-Beratung. Und wie ihr teilnehmt, erfahrt ihr auf meiner Homepage. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats und ihr könnt diesmal ein schriftliches Partnerhoroskop gewinnen. Das ist wieder ein ganz exklusives Horoskop, was es im Moment online noch nicht zu kaufen gibt. Wann es soweit ist, erfahrt ihr natürlich auf meinen Social Media. Und falls ihr gewinnt, aber gerade keinen Partner oder Flirt habt, bekommt ihr alternativ das schriftliche Geburtshoroskop von mir. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal oder teilt meine Videos. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Passend zu den Konstellationen im April möchte ich euch nochmal mein Special über die Mondknoten ans Herz legen. Es heißt, finde deine Heimat. Und meine Videos über den Chiron sind für die Heilungskonstellation des Monats spannend. Ich wünsche euch eine schöne Osterzeit und alles Gute mit den Sternen.